Dann habe ich das Gefühl, kommunizieren zu müssen, womit unser Planet uns beschenkt. Unsere fantasievollsten Pizzen werden vorne an der Theke dekoriert. Es kommt noch etwas Öl darüber, die Kräuter und dann die Soße. Dadurch bekommt jede unserer Zutaten Aufmerksamkeit. Wenn die Gäste reinbeißen, erkennst du, wie mächtig Pizza ist. Das Knusprige und die Konsistenz werden sie nie vergessen. Pizza gewinnt immer. Ganz klar.